Nach zwei Jahren an der Mauer habe ich gemerkt, ich werde langsam verrückt, weil es gab nichts, es war nichts los, außer die Grenzpolizisten sind gekommen und gegangen, mehr war nicht. Nach zwei Jahren an der Mauer, die Menschen in der Mauer haben, die Menschen in der Mauer haben, zu beinigen, für die Touristen, für die Mauer, eine Art der Mauer, für die Touristen, für die Mauer, eine Art der Mauer, für die Touristen. Und ich habe ihnen gesagt, das ist nicht möglich, weil es, wenn man die Kinks auf dem Mauer, nicht so schön ist, wird es nicht schön. die Untertitelung des ZDF für funk, 2017